So und ab geht's mit dem nächsten Part. So, wo sind wir stehen geblieben? Oh, ja. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt bin ich ganz raus. So. Ja, ihr sollt mir auch, wer das guckt, ihr könnt mir auch schreiben, was ich besser machen kann. Das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Was kann ich besser machen bei einer Let's Play? Weil eure Meinung ist gefragt. Nur eure Meinung. Sonst würde ich sie ja nicht hochladen. Könnte ich sie auch auf meinem PC lassen und mir jeden Tag selber angucken. Und man sieht natürlich dann auch keine Verbesserung. Wie gesagt, rede langsamer, rede schneller, rede mehr. Bau noch ein paar Gags ein, kein Problem. Dann versuche ich das auch noch zum Ausdruck zu bringen. Versuche das zu zeigen. Und dann geht das auch bergauf, ne? So, jetzt müssen wir noch viermal Geifer-Zahn-Flanke und fün... Ah, nicht viermal. Zweimal Geifer-Zahn-Flanke und fünfmal das ähnliches Fleischreißer. Fleisch war das? Ja, Fleischreißer-Fleiß. Boah, mein Hals. Okay, wenn ihr seid noch schneller mit dem Parts, das wird langsam schwierig. Weil ich mach wirklich schon so schnell wie ich kann mit dem Parts. Deswegen hab ich ja jetzt auch diese 10-Minuten-Regel eingebaut. Das ist ein paar Parts, ich hochladen. Das ist ein weniger Cliff-Kammer, aber... Irgendwann wird er schon mehr. Irgendwann fällt man auch auf. Die meisten hören ja wirklich auf nach fünf Parts. Von denen hört man ja gar nichts mehr. Den anderen ist eine... bescheidende Qualität. Da ruckelt es sehr, sehr stark. Ich hoffe, bei den einen, bei dem muss ich auch noch vorbeigucken. Da wollte auch mal Let's Play Together anfangen. Let's Play WoW Together. Gucken wir mal, wer jetzt auch noch ein paar Videos hochgeladen hat. Jetzt höre ich auch mal seine Stimme. Ich weiß ja nicht, wer jetzt war auf den ganzen Videos... ...die ich gesehen hab von ihnen. Wie in meinem Video über seine Freundin irgendwie... ...seine Freundin war. Nach einer Glühbirne schnappen... Schnappen... Schnappen wollte. Ja... Ganz so verstehe ich seine Richtung nicht, aber... Manchmal, das zum Beispiel nach Glühbirne schnappen, da muss ich lachen. Ist schon gut. Nur halt die Qualität von den Videos müsste besser werden. Wenn das wörtlich dein Hobby ist, wenn ihr das wörtlich jeden Tag machen wollt... ...ein Video hochladen, kauft euch eine... Spart euch alle Geld, ihr seid auch viele Leute. Ich hab ja gehört, du teilst den Account. Spart euch das Geld und holt euch eine schöne Kamera. Am besten so HD. Das ist kein Problem. Ja... Dann hoffe ich auch, dass ihr mich weiterempfehlen werdet. Das sag ich auch wie viel auch mal in jedem Video. Ich werde auch... Ja... Ich sag eigentlich alles nochmal, ne? Ja... Okay, jetzt hab ich noch einen Zauberstab. Wo ist er? Ja... Ich hab doch gar keinen Zauberstab gehabt. Okay... Oh, was haben wir hier? Eine Mensch... Irr... Duell... Oh... Ich sag euch jetzt schon... PvP bin ich... Sehr, 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 sehr schlecht. Aber warum nicht? Oh... Heftig! Null Chance! Sind Jäger so imba? Oh... He... Okay, dreifache Leben. Null... Jaja... Also, dass sie so imba sind, hätt ich jetzt nicht gedacht. Hätt ich ja machen können, was ich will. Okay, da hat er bestimmt gelacht. Ich hab jetzt nicht gelacht. Hat er... Hat er jetzt... Ich wusste gar nicht, hab ich jetzt eigentlich schon mal was hab ich... Weil was er in den Tag rauskommt und dann den Tag getötet. Ich muss sagen, er war... Ich wusste gar nicht genau, was er gewinnt. Ich wusste gar nicht, dass Jäger so imba sind in dem Level. Hier komm mal gleich Kirschen an. Braucht noch einmal leichtes Leder. Warst du? Ne, 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 ne. Fertig eigentlich. Töne wir noch mal schnell, nur gut das. Ja, nur das. Ich wusste. Und Zeit, dass du schon das hast. Bitte leichtes Leder. Guter Baubau. Mann. Boah. Sehniges Geierfleisch. Äh... Fleischreiserfleisch. Früher war es doch Geierfleisch. Glaub ich. Ähm... Wann haben wir den schon? Wann haben wir den schon? Ja. Ähm... Ich seh' aber grad kein Geier. Wo zum Geier sind die? Ah! So, nochmal am schnellsten ranholen. Ja, ja. Mensch, komm her. Und... Nimm das! So, den hält man dann auch schon. Und ich hoffe, er hat's auch. Ja, klar. So, jetzt können wir zwei Quests abgeben. Cool. Da sehen wir dann auch schon nochmal den nächsten Part, lateinisch. In diesem Part denke ich wohl weniger. Level Up sein. Da hab ich gar nicht so unrecht, dass ich etwa am Dienstag oder Mittwoch Level 15 seinen Wert habe ich zu jemandem geschrieben. Ja. WoW verbessern sie auch jedes Mal mit dem neuen Patch, äh, die Grafik. Find ich nicht schlecht. WoW könnte es auch schön ausbauen. Zwar gibt's noch kleine Dinge, die sich noch ändern können. Ich warte noch auf den Moment. Ich warte noch darauf, dass WoW gehackt wird. Darauf warte ich noch. Ich hoffe es wirklich überhaupt nicht, dass es gehackt wird. Das weiß ich. Konto-Daten und so weiter. Aber... Ich hab das Gefühl, dass irgendwann der Tag kommt. PSN hätte es auch nicht mal gedacht. Irgendwann kommt der Tag, wo auch Blizzard gehackt wird. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und dann sag ich euch. Tch. Die haben dann so viel Kohle verloren. So. Geben wir erstmal die zwei Quests hier ab. Und... Ja. Machen wir uns im Bund mit den Sachen, die wir hier bekommen können. Oh, nichts. Das Licht zieht euch nicht. Ne. Machen wir uns im Bund machen. Hier bekommen wir, glaub ich, was? Braucht ihr Hilfe? Nur klar. Hier bekommen wir einen Umhang mit dem haben wir uns im Bund. Schönen Tag auch. Muss man nachzunehmen und unsere Sachen wieder verkaufen. Und? Wie sieht das aus? Naja. Hab Dank Handschuhe. Eure Freundlichkeit wird nicht vergessen werden. Lass dich sein mit euch. Unser Dank ist euch. Quests. Ziehe den Ehre, Freund. So. Okay. Das war jetzt eine schwierige Quest. Mögen eure Reisen sicher sein. Kann ich euch helfen? Lass mal bringen den Wässer zu Hause. Lebt wohl. Ah. Jetzt müssen wir dorthin. Lösen. Ah. Ja. Die Quest macht mal richtig Fun. Komm. Oh. Okay. Seid gegrüßt. Herz des Erntebehütors. Für die Allianz. Okay. Ich würd sagen, dann töten wir hier noch ein paar. Dann haben wir diesen Part noch Level 14 erreicht. Ahem. Ahem. So. Frostmobar. Okay. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Töten wir noch den dann schnell. Ich würd sagen, noch 2 müssen wir töten. Ich glaub, noch den ist kein Schluss. In den Level. So. Ist er den fertig? Ja. Wie schon gesagt, noch 2. Ähm. Früher waren die Fischer Level 15. Die hast du früher nur ganz selten geschafft. Jetzt mach dir. Da brauchst du schon einen Mann mehr. Sollte mal noch ein Level ab. Für Level 14. Und der Part geht noch 2 Minuten. Ah. Verwandlung. Schieb heißt es auch. Da freu ich mich auf jeden Fall drauf. Äh. Früher muss man hier so oft wegrennen, wenn man alleine war. Das war so schlimm. Oh, jetzt hat er das Handy weggelegt. Hehehe. Weil die ja wirklich grad laut gewesen ist. Schaffen wir die Quests noch? Ich bin mir nicht sicher. Und wenn, dann müssen wir ja noch ein Part machen in 10 Minuten. Ach komm. Machen wir noch schnell. Komm hopp hopp hopp. Sprint. Gehts lang? Gehts lang? So. So. Na der. Quests bringt eigentlich nur diese Attacke was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein. Kommt. 7, 11, 1, ah, 10, 11. Kommt alle her. Kommt alle her. 12, 14, 15, 16, 17, 18. Keine Ahnung wo ich grad bin. So. Nächsten. Hopp hopp hopp. Weiter. Weiter. Äh. 5 noch. Mini mach hin. Noch 1, 2, 3, 4. Den hauen wir weg. Den hauen wir jetzt übel weg. Boah. Und trennen durch. Wir haben die Quest fertig. Nur klar ist dieser Zauber bereit. Du brauchst ja aus der Gefahrenzone. So. Dahinter. Es lebt heißt die Quest. Du darfst du die überladen. Äh. Naja. 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 Ich kann es auch hier. Ne. Ich kann es doch nicht. Okay. Leute. Dann ist der Part auch schon vorbei. Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht. Es muss ihr sehen. Mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Empfehlt mich weiter. Und ciao. Und noch schlaff. Gut oder? Keine Ahnung. Ja. Ja. Ja.